So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Ähm, ja, das ist schon so arg laut. Ich höre mich, ich habe ja Kopfhörer jetzt, ne, und höre über die Kopfhörer. Und die sind aber so gut, also die schatten meine Ohren so gut ab, dass ich mich teilweise selber gar nicht wirklich reden höre. Und deswegen war ich bisher in den anderen Aufnahmen so zaghaft. Jetzt rede ich etwas lauter und hoffe einfach, dass die Nachbarn nicht denken, wie es irgendwas passiert und klingeln kommt. So. Ähm, jawohl. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier, wo, ich glaube, wir hatten alles weiter geguckt gehabt. Ja, das kann ich schon. Ne, ich bin echt, das ist so extrem laut, ich höre mich selbst nicht. Das ist, oh, anstrengend. Hier war nichts mehr drin, was er gebrauchen konnte, ne? Ja, woher willst du denn jetzt? Wir sind vielleicht groß, ja, nachher. Ja. Genau. Denn die haben wir doch schon gefunden. Auch nicht, Junge. Ist doch erst zwei Tage oder so her. Zwei Tage, doch Sonntag war es ja. Sonntag haben wir doch erst. Gehen wir da rein oder gehen wir jetzt da rein? Oder gucken wir nochmal dort rein? Jetzt liegt die plötzlich da drin. Er hat die doch vorhin auch, äh, das letzte Mal aufgenommen gehabt. Und schon benutzt. Ach, Lee. Jetzt steckt er die wieder ein und dann liegt sie wieder hier im Schubfach, wa? Hatten wir hier alles gemacht? Oh, ich finde die Kleine so süß. Oh. Okay, das kennen wir auch. Also nichts Neues. Die Kleine ist so süß. Ja. Aber das ist so laut, also würde ich jetzt beides gleichzeitig mit meinem Aufnahmeprogramm aufnehmen. Also den Spielsound und mich. Man würde mich überhaupt nicht hören. Okay, gut, dann gehen wir jetzt mal hier. Nö. Ging doch aber vorhin. Achso. Ach ja, wir haben noch keinen Schlüssel. Okay, gehen wir raus. Ich habe schon wieder vorhin. Ja. Ich habe schon wieder vergessen, auf die, äh, auf den Timer zu drücken. Das heißt, wir haben wieder Überlänge. Ach ja, ich muss auch erst wieder reinkommen. So, und jetzt? Habe ich mich gerade erschreckt? Ich habe hier, weil ich an den, ja, an das, ähm, an diese Halterung hier gekommen bin von meinem, äh, an die Halterung von meinem, ähm, nach hier, von diesem. Hey there, this is Glenn, and, äh, I'm kind of in the jam here. Uh, little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone, or on the talkie, or whatever. Aber ich wollte jetzt rausgehen. Oh, this is Lee, what's up? So, I'm down at that Motor Inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I, uh, saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got to jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the Motor Inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Ha, awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies, and you've got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the Motor Inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do, somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Ich weiß nicht, ob ich die Idee gut finde. Ähm. Ja. Am Popschutz habe ich hier gehangen worden. Äh, ja, und ich wollte eigentlich nach draußen gehen. Ich weiß jetzt nicht. Quatschen wir nochmal kurz mit der. Okay. Das war eine sehr, äh, gute Unterhaltung. Hat sehr viel gebracht. Okay, also jetzt gehen wir raus. Ja. Ja. Hey, Carly. You ready to head out? You got it. You? In a minute. Okay, let me know. Ah, okay. Das sind andere Batterien. Da würde ich auch schon fahren. Ähm. Keine weiteren Batterien war. Ja. Aber die Lampe hier ist cool. Ja. Schauen wir mal einfach nach, was draußen so los ist. Ich denke, es ist einfach so, dass sie sich nicht mehr verletzten, dass sie sich nicht mehr verletzten, dass sie sich nicht mehr verletzten. Ach ja, schmissen. Was ist das? Mit der Fernbedienung, Schloss aufmachen. Ha, er verlobt. Hey, Mann, was machst du? Wir können nicht mehr darüber nachdenken, ohne dass die Kinder da draußen sind. Ja, 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 ja. Kann ich Ihnen aussuchen? Denkst du, dass du nichts mit dem tun kannst? Ja, ich war immer mit Sachen wie das, als ich ein Kind war. Aber es hat nichts zu tun mit dem jetzt. Man, ich miss meine Roboter. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Nein! Ich habe auf das... Ich dachte, es geht automatisch wieder auf das andere zurück. Ja, 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 ja. Man kann die Gespräche nicht mehr überspringen. Ich dachte, es geht automatisch wieder auf das andere zurück. Oh, nö. Ja, ja, ja. Ja, ja. Fernbedienung werfen, das ist bestimmt super. Ja, ja. Ja, ja. Da waren ja seine Eltern, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie eben. Ach, das ist sein Bruder. Oh, shit. Das ist sein Bruder, der dort liegt. Ah, ich dachte einfach nur... Schau auf das Uniform, doch. Er könnte in der Drogenstelle arbeiten und mit den Zeichen in seinem Pocken sterben. Es würde viel Zeit nehmen, um es sicher genug zu machen, um raus zu gehen und zu sehen, ob er die Zeichen hat. Wenn wir irgendwie zeigen können, dass er hier gearbeitet hat, würde ich denke, es wäre wert. Ich werde sehen, was ich finde. Das ist ein Dr. Femmling. Oh Gott, ob das jetzt eine gute Entscheidung war, die ich nicht anmachen würde? Nein! Oder? Was ist das? Es ist universal. Ich könnte es programmieren, um mit diesen TVs zu arbeiten. Oh Gott, jetzt muss ich wieder schnell agieren, wa? Du kannst das einfach nur machen? Oh Gott, jetzt muss ich wieder schnell agieren, wa? Let's try it. Gut, fertig, Doc. All diese dorken Nonsens könnte mir Leben save. Wer sagt, das hat es schon nicht. Okay, also gehen wir erstmal Glendrick mal. Okay, also gehen wir erstmal Glendrick mal. Ja, das funktioniert nicht. Hast du die Leute versucht, in da zu kommen und Weapons zu bekommen? Ich habe es, aber es war zu risiko. Und dann kamen ein paar Leute und sie haben versucht. Und was ist passiert? Ja, das sieht ja echt gut aus. Ja, gut, gehen wir erstmal Glendrick helfen? Ich glaube, der wartet. Okay. Gut. Oder auch nicht. Alles klar. Okay, an die Szene kann ich mich nicht mehr ändern. Aber nur Waffen... Also Waffen finde ich schon ziemlich... Erstens, wie sind sie jetzt rausgekommen? Durch die Hände oder so. Aber Waffen finde ich schon ziemlich... Risky. Ja, aber wenn die jetzt schießen... Leute! Oh man, ich bin glücklich, dass du hier bist. Jesus, Glendrick. Oh, das war nicht so schwer. Können wir hier raus, bevor diese Dinge uns bemerken? Nicht noch. Nein, da ist ein Survivor trapped da. Da ist ein Survivor. Da ist ein Survivor. Da ist kein Weg. Wir müssen jetzt gehen. Wie agiert er so ein bisschen wie Rick in der Serie? Aber zu schießen finde ich echt unglücklich. Ich finde man sollte, keine Ahnung, Eisenstangen nehmen oder keine Ahnung, was auch immer, aber keine Schusswaffen. Was? Späh über die Mauer, weh. Oh, wenn du zu lang guckst, sollte man dich sehen. Und jetzt? Und jetzt? Was bringt das? Ah, hier. Ah, ein Scheidern verletzen. Ich hätte ihn doch gerade anklicken können. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ich weiß, ob es da ist. Du musst eine Weapon finden. Lass uns immer nachher schauen. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verletze. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verletze. Das war krank. Was? Und jetzt? Was willst du? Am Ende! So, die Katze. Was ist die Bixen? Die Axt haben wir, die Oxt? Aber jetzt haben sie keine Deckung mehr. Mit der Zündkerze ein Loch in das Ding schneiden. Echt jetzt? Nein! Boah, ich dachte... Boah, also doch schneiden. Boah, was hat er da... Oh Gott! Und mir hat's geklappt. Oh Gott! Boah, ich mich gerade erschreckt. Aber ich würde sagen, wir beenden hier erstmal. Ja, wir machen hier erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Also dann bis zur nächsten Folge. Und mal schauen, ob wir es schaffen werden. Ohne selbst zu sterben, das Mädchen zu befreien. Bis dahin, tschüss! Tschüss!